Rutsch und blinkt. Mein Gott! Was soll denn jetzt? Jetzt schneid nicht! Jetzt kommt der Rutsch und blinkt. Einmal. 25 25 Ja, ne? Ne, 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 ist nur nichts passiert Naja, ist alles gut, alles gut Das müsste der Start gewesen sein, oder? So rum kennen wir das Spiel hier Was? So rum kennen wir das Spiel hier Was? 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 Beide Holding 6... Wendelt... 1... Tastig, ne? Natürlich würde ich sein Gerlakel draußen Das ist besser Naja, lass den nicht stecken Wenn man so sagen, nicht Weil im Moment, sie wüssten nicht, wofür es ist Das ist ja ganz sicher Die 3 muss weg Das ist okay Das ist okay Ja, Jan ist dahinter Das ist Jans Frau Hatte ich gesehen? Ich glaube doch Siehst du irgendwelche Flaggen? Ja, das ist gut Ja, Jan hat Okay Er war dahinter, er muss es sehen 6 und da vorne mit knapp Ja Er ist dahinter, wir können es von der Seite echt schlecht sehen Oh oh Ja Wettbewerdleitung Jury Wettbewerdleitung Jury Ja Frage, ist Whisky oben? Geben Ist Whisky oben? Ja 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 Keine Gelnöcker Keine Gelnöcker Keine Gelnöcker Keine Gelnöcker Genau, hat die Wettbewerdleitung geklängt Können wir nichts wieder erlauben Ja 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 Ja, er macht's Was ist denn? Jury für Gray-Service? Hört. Kannst du noch mal die Nummer mit der 1 beschreiben, bitte? Whisky ist oben. Die 1 und die 4 haben beide den Gennacker gezogen. Was ist denn? Und die hast du sie jetzt bestraft? Die besprochen. Das können doch die Leute nicht hören. Du sollst das doch sagen. Ich bin gerade über die Pfunde. Ah, okay. Boot 1 und Boot 4 haben beide trotz Gennacker-Verbot per Flagge Whisky die Gennacker gesetzt und wurden dafür disqualifiziert. Danke. Ich habe David Art gefunden, Team J. Ja, wo soll er hinkommen? Der Segel wahrscheinlich ist einfach durch. Gut, was willst du machen? Ja. Whisky ist Whisky. Whisky ist inzwischen unbedingt, aber ja. Ja, die Gewitterzelle ist noch nicht vorbei. Und solange bis du oben bist, ist es oben. Hört? Hier sind Gennacker noch draußen. Ja, haben wir ihn gefunden, ja. In dem Baum war es ein bisschen zu spät, oder? Ja. Aber sie sollen sich keine Schmerzen 보내 Charsen. Ja, da ist das, da ist das, oder? Nein. Das ist gestartet. Es ist wegen der Gewitterzelle, die hier immer noch drüber ist. Ja, aber es war beim Start oben. Was willst du machen? Immerhin sind sie nicht alleine. Immerhin sind sie nicht alleine. Jetzt muss keiner die Bahnen ausrufen. Ab, Dodo. Geht's schifft, Thorsten? Ja. Willst du mal gucken, ob bei Boot 1 und 4 vielleicht Betreuungsbedarf besteht? Ja, das mach ich sofort. Betreuungsbedarf. Dodo, wir schwimmen, wir müssen euch den hinschicken. Hier, 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 hier. Hier, hier. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020